Hallo, Follow Bee! Du bist ja seit kurzem das Maskottchen am Hannover Airport. Aber eigentlich kennen wir dich noch gar nicht so richtig. Dürfen wir dich einmal begleiten? Cool, dann zeig uns doch einfach mal deinen Flughafen. Wo geht's denn hier lang? Hoch in den sechsten Stock? Ah, die Welt der Luftfahrt! Eine ganze Erlebnisausstellung rund um die Fliegerei. Was? Wir sollen selber ausprobieren? Na gut! Wo willst du denn jetzt hin? Was ist das denn? Echter Airport-Honig von deinen kleinen Kollegen? Fleißig, fleißig! Na, hier kennt dich ja jeder. Ein richtiger Airport-Star. Puh, ganz schön viel Verkehr hier. Ist das nicht gefährlich? Ah, du hast die richtige Signalfarbe. Follow me und follow bee. Na, jetzt verstehen wir, warum du so gut zum Airport passt. Bist du denn eigentlich nur hier am Airport unterwegs? Verstehe, immer im Einsatz für den Hannover Airport. Sehr gut! Wir sehen schon, du bist hier ein gefragter VIP. Na, dann wollen wir dich mal weitermachen lassen und wünschen dir noch einen schönen Tag.